Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Wir gucken mal, was hier so passiert mit dem Bärli. Haha, da wird schon wieder einer richtig weggeworfen. Oh fuck! Ah! Alter! Was ist denn mit dir los? Voll uncool. Ja. Okay. Schwert abstreifen. So, dann nehmen wir mal hier das Raubtierfeld mit. Sogar fünf! Pock! Und kümmern wir uns mal hier um diesen Fürstin Sanjo-Auftrag. Mal sehen, was hier so bei rumkommt. Ähm... Da kann ich aber jetzt auch wieder eine andere Rüstung anziehen. Hier die hier. Irgendwie gefällt mir die doch besser als ich dachte. Sieht ziemlich cool aus. Ah, das ist hier oben natürlich. Hallo Fürstin Sanjo-Auftrag. Und jetzt? Ja, das ist hier oben. Anyway. Dass ich jetzt mal diesem Kuchen... Ja, das ist nur ein Schauspieler. Das ist nur ein Schauspieler. Ich habe das so ein Problem. Ich habe nicht die Welt gebrochen. Ich will das so ein Problem. Ich würde mich überlegen, dass ich das hier so ein bisschen knackert, denn ich weiß, dass ich es nicht vermutiere. Ich kann es nicht um die Welt. Entschuldigung? die großzügigkeit von fürstin sanjo sehr sympathisch okay ich muss mal kurz mir sie anschauen sieht schon echt cool aus irgendwie ich mach mich mal weg wow ich weiß nicht ich finde die rüstung von hier irgendwie ultra mega geil voll cool und das wichtigste was bist du denn ein kleiner schmuse wie süß kleine cat best game ever best game ever okay da hinten hin dann reisen wir doch hier schnell hin wir haben ja schon viel erkundet und reisen zum drei wege quell wie sie uns aber auch überhaupt nicht gesagt hat was man mit dieser karte finden kann ich bin nicht kämpfen das würde mich interessieren wozu diese karte gut ist okay die spelunke suche die spelunke spielunke nicht spielunke groß ist in das gebiet doch so groß okay da hinten ist ein haus aber was können wir nicht mehr nehmen gucken ob das oder hier wahrscheinlich hier ja da ist es doch hätte ich mir wahrscheinlich ein astob gesucht hätte ich nach hinten gegangen oh ok Okay. Hm. Wie kommen wir jetzt da rein? Ich würde wetten, dass wir den Haken benutzen müssen. Was ist jetzt die Aufgabe? Finde einen Weg in die Spielhülle. Hm. Ah ja, so easy. Okay. Woo! So, erstmal das Klauen, was es hier gibt. Und jetzt töten wir ihn von hinten. Okay. Wie immer eine Falle. Was auch sonst. Was ist das? Okay. Ja, komm her. So. So. Der letzte. Oh. So. Puh. Fürstens Schan... Pfff. Fürstens Sanchos Fächer. Eine Karte, die als Fächer getarnt ist. Die Karte markiert die Standorte von Lebensmittellagern, mit denen Fürstens Sancho die Menschen von Toyotama ernährt. Okay. Dazu ist sie da. Dreckige Diebe. Gut, hätten wir das auch erledigt. Dann mal ab zurück zu Fürstens Sancho. Sancho. Oh, Alter. Das sieht irgendwie so aus, als ob die mich alle erwarten. Wieso guckt ihr mich so an? Ein ganz ungutes Gefühl dabei, irgendwie. Oh. Oh. Oh, vielleicht können wir da nochmal einen guten Schnappschuss von ihr kriegen. Äh. Äh. So geht es nicht weiter. Äh. Oh, ich finde diese Rüstung so cool. Sorry, ich muss mir das irgendwie mal genauer anschauen. Ich mache mich auch mal wieder weg. Ah, sie guckt aber schon irgendwie so ein bisschen, 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 bisschen dumm in die, in die Ferne. Aber es geht. Ist eigentlich ganz cool. Naja, okay. 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 Die Großzügigkeit von Fürstin Sanju. So einfach war das. Cool. Talisman der Schatten. Ein neuer Talisman. So einen haben wir schon. Ich habe voll viel doppelt irgendwie. Wahrscheinlich einfach, dass man die reinmachen kann, um die zu stacken, aber irgendwie will ich das irgendwie nicht. Kommt mir ein bisschen dumm vor. Hier sind noch ein paar Fragezeichen. Machen wir uns mal auf dorthin. Ich hoffe, das sind nicht nur wieder so Legendenerzähler. Das wäre irgendwie richtig bad. Oh, wieso? Aber hier ist keiner. Weil da ist schon einer. Da kann nicht direkt noch einer sein. Okay, Vogel. Ja, nice. Direkt wieder eine Säule. Hijiki im Sonnenlicht. Welche versteckten Gefahren lauern unter der stillen, glänzenden Oberfläche? Das gucken wir uns jetzt an. Boah, Alter. Richtiges Gucci-Schwert. Nee, das nehme ich aber nicht. Oh, hier verste... Oh. Okay. Den habe ich gar nicht gesehen. Norio. Versteckt sich hier. Wer hat sich hier echt richtig versteckelt? Oh. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Das wird wieder scheiße. Zum Glück nur einer. Zisch. Berüchte deinem Gesocks von meinen Taten. Ist mir jetzt egal. Er soll da einfach weiter krabbeln. Was ist hier passiert? Alles weggebrannt. Okay. Heftig. Gibt es hier noch was zu looten oder so? Irgendwas zu entdecken. Ich reite einfach mal hier entlang, um... ...den Nebel wegzumachen. Da sitzt jemand. Oder so. Nö. Okay. Ah, da sehen wir auch schon den Tempel. Die Dachspitze. Hm. Mal sehen, wie man da reinkommt. Kushi. So, wie es aussieht. Hier durch. Boah, das ist ja jetzt verwinkelt. Irgendwie nice. Ich frage mich, ob das mit dem Wetter... ...hier gerade gescriptet ist, oder... ...hier gerade gescriptet ist, oder? Oh, das ist ja gefährlich, oder? Oh, shit. Oh, shit. What's happening? Oh, nein! Oh, ich hab keine Bomben mehr. So. Aua. Aua. Hä? Okay. Huuh. Ah. Ah, dann braucht man Hilfe gar nicht. ... die geburt des leids okay wir müssen eine buddha statue wiederholen cool hey das war's schon ok wir können einfach hier direkt wieder anfangen cool cool dann helfen wir ihm gleich vielleicht können wir uns hier noch ein bisschen umschauen zwei norio quests auf einmal gott vor ja das ist wenn ich jetzt hier reingehe ist der nori oder auch ok dann gehen wir einfach direkt weiter zu norio das blut zutra ok kinky let's go ja 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 Okay. Ich bin immer sehr verwirrt, weil es manchmal Missionen gibt, wo die NPCs, die mit einem reiten, so vorreiten und hier gerade einfach gar nicht. Oh, shit. Woah! Ich glaube, ich laufe richtig falsch. Keinen cinematischen Weg, aber ist ja eigentlich egal. Wir kommen an. Wow! Oh mein Gott. 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 Aber ich muss mein Gott nicht nehmen. Ich morgens, ich habe Ihre Arschung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Noch was? Sherlock Jinn am Start. Ah, da aus dem Fenster, okay. Wie immer. Oh, nee, da muss man gleich wieder auf dem Fenster kommen. Ah, hier. Ah, hier, okay. Ja, komm her. Okay, weiter. Kleines Duell zwischendurch. Ah, hier. Okay. Die Blutfolgen. What? Okay. Eine Spur aus Leiten. Ähm. Oh, okay. So. So. Den hätten wir auch. am rande des wasserfalls okay also hier irgendwo ist wahrscheinlich runter gesprungen das ist wenn ich konterspringen soll ich mal versuchen es gibt es jemand mit dem wir nichts tun können okay ah ok oh nein so mazak 助けられなかった 住職がいなければそうは逃げてらは落ちます 我らの負けだ それを飲んだ これは法華経 ご自分の血を使って書かれたようです さながら自生の句か 法華経には誰もが仏になれるとはありません 豊かなものも貧しきものも それが今の言葉 残された皆を思ったのですね 寺の僧に見せよう 住職の意思が伝われば とどまるはずだ 公明様が地でお書きになった 法華経です 住職の声が聞こえませんか 猛虎に立ち向かえそして 諦めずに踏みとどまれと 我々が住職のご意思を継ごう 串寺は落とさせない エンジョー様がお守りくださった 寺が その弟と サカイ様に 再び救われると 手を結び モーコを倒すぞ 今はヤバ サカイ様に noch ein paar Sachen verbessern. Nämlich. Ja, hier so ein bisschen Zeug noch. Machen wir das einfach mal fertig. Dann haben wir hier noch eine Norio Quest. Das müsste jetzt die sein. Das ist eine Bura Starbe. Nämlich. Da war es hier. Das war's. Aber ich habe die Mokko ausgewertet, um nach Hama zu verabschieden. Ich werde mich wieder zurückziehen. Ich werde mich wieder zurückziehen. Ich werde mich nicht ohne Verabschieden. Was ist jetzt? Ich werde mich nicht mehr verabschieden. Die Ursache des Leids. Reise mit Norio, okay. Let's go, Norio ist ein richtiger Bro, ich mag ihn sehr. Oh, noo, geh nicht ohne mich. Oh, das ist ein Mann, das ist ein Mann. Was ich weiß, war ich nur ein Mann. Ich bin ein Mann. Fuchs-Schrein-Musik. Oh. Oh, er lebt noch. Ich habe mich nur ein, und mich über die Schrein-Musik und mir gebeten, aber... Wo warst du? Ich bin aus dem Meer. 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 Okay, ich finde die Mongolen, die die Statue gestohlen haben. Mhm. Hm, okay. Wir sind direkt schon hier. Hm. Vielleicht können wir das ja ein bisschen smart machen. Da wäre ich sogar mal dafür. Okay, sieht uns hier jemand? Ja, der Typ da oben sieht uns. Aber der müsste ja eigentlich kein Problem sein. Wenn der sich jetzt nicht bewegen würde. Okay. Gut. Was macht der jetzt? Okay, stellt sich einfach um. Check! Oh. Okay. Okay. Die machen wir schon mal bereit. Für eine gut gezielte Rauchbombe. Obwohl, wir können die auch mal wieder ein bisschen weglocken. Nämlich da hin. Okay, das interessiert die überhaupt nicht. Krass. Krass. Hä? What? Okay, weird. Ich werfe nochmal. Böller ein. Vielleicht wurden die jetzt geresettet. Hä? Okay, irgendwie macht der nicht mehr so viel Schaden. Okay, komm. Wir kämpfen einfach gegen die... Oh! Okay. Oh, so einer ist das. Das ist... Boah, ist denn nervig. Schmerze. So. Oh. So. Wann das alle? Nee. Woo! Das war's aber jetzt. Oder? Oh, nee. Da ist noch einer. Okay. Oh Gott. Ist das die Stafel? Oh. Nein, ich wollte noch looten ли iga 7 7 6 7 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 8 10 9 9 Die Ursache des Leids. Die Ursache des Leids. Ah, wir haben den noch gar nicht gemacht. So, so. Vielleicht gehe ich da kurz mal hin. So, bevor ich den vergesse. Ja, ja, kleiner Fuchsi, ich bin doch da. Boah, wie das wieder aussieht mit dem Bambus. Geil. Voll chillig. Ah. Nice. Wieder ein Schrei mehr. Wir brauchen wieder fünf. Cool. Kann ich Fuchsi petten, wenn ich rausgehe? Nö. Okay. Dann bin ich mal so faul und brauche mich wieder zurück. Ob ich so viel laufen muss. Und wir reden einfach weiter mit Norio. Yes. That's me. Wow. Ist das ein Endboss? Ist das ein Endboss? So, wenn ich mich überrasse, dann werde ich das Land nicht verletzen. Wenn ich mich überrasse, dann werde ich alles verletzen. Ich werde es nicht verletzen. Ich werde es nicht verletzen. Ich werde es nicht verletzen. Oh, das war schon. Natürlich schaffen wir das alleine. Das Ende des Leitz! Okay. Let's go. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Zora. Uh. Okay, da kommen sie. Oh. Ah. 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 So, super Move. Woah. Ah. So, den anderen ein bisschen Angst anmachen. Oh! Okay. Oh! Geschafft. Wow. Das war nichts. Wieder ultra viele Leute. Der Typ hat nichts an. Norio, was war das? Warum hat der Typ da stehen? Nein, das ist nicht anders. Dann schau mal die ganze Szene. Gehen wir. Alle, kommen Sie! Oh, das hat irgendwie die ganze Szene lächerlich gemacht. So, jetzt nochmal die ganzen Leichen plündern. Okay, zurück zum Haupt-Empel. Wie der da nackig mitläuft. Das ist einfach der MVP. Wie? Ja, keine Ahnung, wo es lang geht, ne? Freunde. Ja, ich bin echt ein super... Pfff, bin echt ein super Weg gelaufen. Äh... Okay, wieder einen Mongolen besiegen einfach. So, den hätten wir. Ich bin echt ein cooler, aus. Aber nein, ich bin echt ein wenig wenig. Oh, das ist einfach der einzige Unterhaltung. Oh... Oh, das ist einfach der Miske. Oh, das ist einfach der Wort. Ja, es ist einfach der Schenke. Oh... Die Probeschützen sind echt perfekt. Oh, ich habe keine Falle mehr. Oh, da kommen noch mehr. Okay. So. Oh. Okay. Okay. So, komm her. Ultra nervig der Typ. Oh, okay. Okay. Okay, ich laufe mal ein bisschen außen rum, damit wir hier auf offener Fläche kämpfen. Ah! Hier irgendwie noch ein paar andere Sachen. Ah, ich hätte auch noch eine Rauchbombe. Das hat wieder nicht geändert. Cool. So, machen wir es doch einfach mal so. Noch mehr! Ja. Wow! So, supermove! Oh! Oh! Ich brenne. Ah! Okay, das sind echt sehr sehr viele. so oh Gott okay huch wer noch okay jetzt mal wieder ein chilltyp so das war's oh Gott okay holy crap ich glaub gegen so viel hab ich noch nie auf einmal gekämpft die werden wir jetzt alle schön looten einfach richtiges Massaker der nackte Typ hat überlebt oh die beiden nackten Typen haben überlebt nice so wo ist jetzt Norio ah hier hinten okay yes yes wo warst du eigentlich die ganze Zeit das war ich bin ich bin ich bin ich bin Das war's für mich. Okay. Also eigentlich habe ich ja alles alleine gemacht, aber ich wollte den Credit doch trotzdem nicht nur für mich haben. Deshalb habe ich so geantwortet. Aber ja. Oh, wie friedlich es jetzt hier ist. Schön überall die Leichen von den Mongolen. Äh, Loryu? Gehen wir durchs Wasser. Nein, nicht schon wieder. Das Ende des Leids. Ach, die schöne Statue. Dann helfen mir immer, Loryu. Wieder hinzustellen, I guess. Talisman der Standhaftigkeit. Okay. Stemper des heiteren Sommers. Erfrischend wie eine Meeresbrise im Sommer. Schön. Okay, ne, wir helfen ihm nicht. Gut. Boah, das war echt viel, viel Kampf. Sehr, sehr viel Kampf. Äh, ja. Aber wie es aussieht, ist Loryu jetzt erstmal abgeschlossen. Ich sehe zumindest keine Mission mehr von ihm. Dann ist nächste, nächstes Mal wohl wieder Masako-Zeit. Hier gibt es auch noch ein Lager, was man machen kann. Also, uns geht der Stoff auf jeden Fall nicht aus. Oh, die ist noch ein Legenden-Erzähler. Let's go. Ja. Ich verstehe das überhaupt nicht. Was ist, wenn ich jetzt hier hingehe? Das interessiert mich gerade. Ich muss das nochmal kurz anschauen. Das sind echt einfach nur die Legenden-Erzähler. Ah, Sashimono-Banner. Stimmt, die kann man da auch noch zurückbringen. Ja, schade. Aber, ich denke, dann haben wir jetzt erstmal genug gemacht für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bei der Masako-Questreihe wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.